Yo, yo, Leute! Willkommen zurück bei Call of Duty 2. Ich habe die Ehre und darf den Part gerade noch einmal spielen, weil mein Sergeant hat gemeint, er müsste mir nicht folgen. Oder besser gesagt, er müsste nicht in die Küche kommen, dort wo man sich trifft. Aber egal, ich werde es noch mal versuchen. Mal schauen, ob der Bug wieder ist und ich hoffe ja mal nicht. Die Brigadeanweisung. Anweisung wohl, genau. Aber nein, da hört man so nicht zu. Da, der Captain, der wollte einfach nicht mitspielen. Aber egal, mir macht das Spiel ja Spaß, spielen wir die Mission nochmal. Ich hab das noch mal gekannt. Was ist das, was warst du? N müssen wir jetzt noch die H grillen. Magregor, die Stalltür aufmachen! Die Käpt'n! Komm schon, mein Gott, wie lange braucht denn der? Na, bei mir bleibt! Sehen direkt dahinter! Ein Ecke 2-50! Nur Ostend! Einer will er! Dann sind wir da hinten! Ich werde jetzt mal ein bisschen bei dem in der Nähe bleiben. Was der ist? Treiben? Ey! Jetzt hab ich's! Ich dachte, die Wölfe nehmen und die Granaden läuft! Verdammt! Auch mal gleich weg! Ah, ich komm da nicht zu dort! Deutsche! Die hat geschockt! Schalten wir die Menschen raus! Da! Ihr braucht viel Böbel! Ihr braucht viel Böbel! Mann am Böbel! So! Fickza! Dann haben wir beide Leute! Wo ist er denn? Da ist... Da muss man ein bisschen unten aufpassen was der macht! Schasse! So! Das ist mehr so eine Geschichte hier! Der lag! Beide! Oh! Och! Zack! Komm schon! Nein, nicht was nicht! Da ist ein Glück geflogen! Verdeck. Oh Hier, Granate für euch. Wow, was hab ich da gesehen? MP40, jawohl. Oh, shit. So, nächste. Gehen auch mal weg. Gehen auch mal weg. Gehen auch mal weg. Hahaha. Haha. Gehen auch mal weg. Das haben wir schon wiederkeilig mit dem Tunnel. Scheiße. Scheiße. Okay, Aue erledigt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es jetzt klappt. Gehen auch mal weg. Ja schon. Da. Folge mich. Ey. Na. Tschüss. Tschüss. What the fuck? Ja. Ich weiß. Da war ich auch schon. Aber dank dir hat es ja nicht geklappt. Ich weiß nicht, was ich dann tun kann. Ich weiß nicht, was die Granate schlug gelandet ist. Ach du. Schade. Oh, fuck! Die Nebenwahl war da ein bisschen eigen, würde ich sagen. Ja, jetzt überreicht es doch mal nicht, ey. Jetzt gibt es was für die Kölbe. Hahaha. Wo? Jo! Jetzt gibt es Petzel. Mein Captain, da ist schon. Hier sieht es besser aus. Okay, komm. Ja, es hat geklappt. Gott sei Dank. Ich hab schon gedacht, das Spiel wäre voll buggy. Ich bin ans entgegen. Okay, wir haben wieder eine Perspektive im Leben. Die landliche Patrouille nähern sich Ihrem Sektor. Verteidigen Sie unsere Flanke gegen deutsche Gegenangriffe. Sie müssen uns genug Zeit verschaffen, um den Rest der Division in Sicherheit zu bringen. Ende. Okay, warum... Ihr habt es gehört. Wir ziehen Verteidigungspositionen im Bauernhaus. Los! Sie kommen von Süden aus. Bitte kommen. Sucht euch eine gute Position und macht euch bereit. Wo sind sie? Okay. Da. Wow, was für ein Schlachtfest. Geil. Shit. Jetzt kann ich nur spekulieren und ich hinschieß. Wow. Von hinten kann ja keiner kommen. Auch ziemlich schlimm. Oh. Oh oh. 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 Oh, jetzt geht's. Ah, leck. Mier Marsch. Jetzt geht's. Ah, leck. Neam Marsch. Ha 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 Grauenfresser Leichenberg Oh oh, ich fall keine Militöne Geht seit der kaputten Mauer, im Süden, komm mit Alter Schwede Fuck Ah Oh Oh Drecksack Wer recht Auf 42 Sekunden, muss ich irgendwie durchhalten Leck mich am Arsch, ey Oh Was für verdammtes Gym jetzt So, wer nimmt das D hier unten? So, wer nimmt das D hier unten? Leck mich am Arsch Okay Das war Bestärkung kommt Ich meine Bestärkung Ich meine Bestärkung Oh 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 Okay, vielleicht hab ich ja Sprengstuck dabei. Mal probieren. Muss ich probieren. Na, ich hab Sprengstuck dabei. Na, weg! Ei, ei, ei. Ah, fuck. Also, bei der Mission geht mal wirklich alles schief. Aber egal. Alter, wie? Ich hab die Wembo. Ich hab die Wembo. Bäm. So, Alter. Wie sieht's hier aus, wie? Ach. Verdammt gute Arbeit Männer. Die 7. Panzerdivision hat es dank uns an dieser Flanke geschafft. Unsere Arbeit hier ist erledigt. Also verschwinden wir jetzt von hier. Was für ein... Es war grad so eine Geburt, Leute. Naja, ein paar Fails hat's leider gegeben. Sorry. Aber ich würd sagen, wir sehen uns frisch und munter im nächsten Part. Ciao. Taylor, wie du hereinigst! Wir machen uns mal! Wirinnen! Wir machen uns mal! Wir machen uns mal!